Der 96 Online Adventskalender Heute mit Junis Manuel Eddie Und Elisa Welcher Begriff wird hier erklärt? Hat die Trikot Nummer 96 Hat ein Häuschen, so in der Südrichtung Es ist flauschig Es ist braun Hat lange Schlappohren Hat ein rotes Trikot an Turnt manchmal auf dem Platz rum Ist eineinhalb Jahre alt Dafür relativ groß Ist bei jedem Heimspiel dabei Hat eine Stupsnase Der Namensvetter sitzt mit am Tisch Wer könnte das sein? Wenn ihr den gesuchten Begriff erraten habt, macht heute beim Gewinnspiel mit Es gibt einen tollen, außergewöhnlichen Preis zu gewinnen Und ein Thema liegt uns noch besonders am Herzen Wir unterstützen als Verein und als Mannschaft die Aktion Kindertraum Bitte helft uns dabei Ich will nicht nur eine App Ich will meine App Die genau weiß, was ich gerade brauche Und mit der ich in jeder Situation Hilfe finde Gelbe Seiten Näher dran an meinem Leben Ein Service Ihrer Gelbe Seiten Verlage